Mirko Slomka versucht wirklich alles, damit man beim HSV wieder an sich selbst glaubt. Er strahlt gute Laune aus, Zuversicht, Entschlossenheit. Das HSV-Desaster der vergangenen Wochen kein Thema mehr. Positiv denken, nach vorne schauen, die neue Methode Slomkas. Technik, Taktik kann man lernen. Schnelligkeit ist eine gottgegebene Möglichkeit, die man hat. Aber Wille und Selbstvertrauen müssen die Spieler sich hart erarbeiten. Und dafür sind wir Trainer verantwortlich. Wir müssen nicht nur dafür sorgen, dass es eine leistungsfördernde Atmosphäre gibt, innerhalb der Kabine und auf dem Rasenplatz, sondern wir sind auch verantwortlich dafür, dass die Spieler diesen Willen nicht nur in sich haben, sondern auch präsent haben auf dem Platz und zeigen. Eine Frage des Kopfes also, des Willens, der in dieser Saison so oft fehlte. Der neue HSV-Coach redet seine Mannschaft stark. An fußballerischer Qualität mangele es seinem Team nicht, stellt Slomka klar und widerspricht damit seinem Vorgänger von Marweig und denen, die die Qualität des Kaders bezweifeln. Mirko Slomka versprüht Optimismus im Abstiegskampf. Die Chancen in 13 Spielen, diese zwei Plätze nochmal hochzuklettern, die haben wir. Aber nicht, wenn wir uns permanent nur darüber ärgern, was jetzt abgelaufen ist, sondern wir müssen uns dann wieder neu einstellen auf den nächsten Gegner. Auffällig, er sucht die Kommunikation mit den Spielern, betont die Stärken der Einzelnen, spricht ihnen Mut zu, lobt sie öffentlich. Er baut sie wieder auf. Slomka, der Kommunikator, der, der an den Klassenerhalt glaubt. Viele haben jetzt, ich habe so ab und zu mal das Wort, wir brauchen jetzt ein Wunder oder sowas. Ich glaube, wir sollten nie über ein Wunder reden. Weil wenn wir einen Punkt holen oder drei Punkte holen gegen Borussia Dortmund, dann ist es nur das Ergebnis harte Arbeit und kein Wunder. Mirko Slomka und sein Rettungsversuch Nummer eins, das Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Das eigentliche Wunder dabei, dass es in Hamburg zur Abwechslung mal wieder um Fußball geht. Ja. Ernst retreat. Ein Rettungsversuch Nummer eins, das Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Der Kommissar der Klasse, der Klasse der Klasse das Haus mitBeten hierherber cosen Rettungsversuch Nummer eins, was hat sich, um... Und, der Klasse der Klasse, der Klasse der Klasse.